Die Zentren für Produktverfahrens- und Prozessinnovationen betreut innovative Netzwerke unter anderem das Netzwerk INDIVA, in dem wir innovative Entwicklungen zur Inspektion, Diagnose und Wartung von Rutterblättern entwickeln. Wir haben hier im Land Sachsen-Anhalt sehr viele Windanlagen. Mit zunehmendem Ausbau der Windanlagen steigt auch bei den Betreibern der Bedarf an Systemen zur automatisierten Inspektion und Wartung. Das Besondere an unserem Netzwerk ist, dass wir interdisziplinär zusammenarbeiten und die Produkte, die wir in dem Netzwerk erarbeiten, modular aufgebaut sind. Das heißt, wir können am Ende ein Produktportfolio anbieten. Das Thema Umwelt ist heutzutage in unserer Gesellschaft sehr wichtig und entsprechend nehmen wir uns das Thema so an und glauben, dass wir hier eben Forschungseinrichtungen und Unternehmen gemeinsam innovative Lösungen erarbeiten können. Michelle-어� poss Afric-Anhalt Weitze Wir befinden uns das Thema Bis zum nächsten Mal.